Und es dauerte immer ein bisschen. Also damals, das weiß ich noch, mit haufenweise Mods. Also da hat es entweder gespeichert oder es komplett abgestürzt. Trick beibringen, spielen, apportieren, tau ziehen, jagen beibringen, Tierbahnen, Zuneigung, Baubgrauen. Arbokinansi, Propto, Zoroascha. Was ist jetzt los? Was macht der jetzt? Bauchkraulen. Will er nicht? Oder kann er nicht? Alles klar, haut der einfach ab. Ey Jamal, musst du nicht arbeiten irgendwie? Karriere, oder so? Hä? War der jetzt nicht auf Arbeit, oder was? Äh, alles klar. Jetzt mach doch irgendwas mit dem Hund. Ach man, der arme Hund. Lass die Hand beschnippeln, oder so. Spielen. Spaß haben. Spaß haben, alles klar. Oh, was ist das? Was ist das? Oh, geil, der im Grill. So, der kann ja wenn jemand einen chatten, internet durchzusuchen, umziehen, reißen, immobilien, ne, 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 ne. Kann ja Computer-Spiele spielen. Äh, spezial, begeistert, von Naturschwärmen, äh, freundlich, tratschen, wie es halt so ist, können sie doch plaudern. Nach der Stühmne fragen, nach der Karriere können sie fragen, kennenlernen. Loll, das kommt nicht vor Speed, oder was? Für langweilig, was? Hast du gehört, Mark Brand ist befördert worden. Schau mal, du kannst ja mal ein bisschen Angeln, lol. Abendessen soll ich werden. Du kannst ja mal, genau, du kannst dich mal an Hotdox versuchen, mein Guter. Wenn du fleißig zufrieden hättest, ja, ja, ja. Beschnüffeln kann er denn mal. Ge-was? Geknutscht werden, lol. Was ist jetzt im Kühlschrank? Nimmt sich das Tablett? Was macht er jetzt? Ja, aber suchen kann das ja. Ich hoffe, die Bude brennt nicht ab. Das beste Freund kann er ruhig machen. Fahren lernen. Fahren lernen. Fahren lernen. Fahren lernen. Kraft Training machen. Ja, kannst du auch machen. Das gefällt ja mal, bestimmt. Fernsehen. Molli, als Freundin. Gärtnern. Ja, Gärtnern. Die brauchen halt mal ein bisschen Kohle. Wie können die Kohle machen? Kann der hier mal ein bisschen Kohle machen? Irgendwie durch Hacken oder so? Ja, der kann's Internet mal durchsuchen. Bestimmt auf, der ist, was? Der ist gerade bestimmt auf irgendwelchen Porno-Seiten. Ah, der ist auf YouTube. Das ist ein hässlicher Desktop. Nirgendwie nicht vorn. Ach, jetzt, jetzt chattet der mit alten Rentnern oder was? Sein also, also das Norden. Der chattet jetzt einfach. Der hat bestimmt, der teilt jetzt bestimmt die besten Pornos mit seinen Freunden. Wie's halt so ist, ne? Schreiben. Schreiben üben kann der auch machen. Was? Edward ist sein Computer. Was bedeutet, dass er nichts lieber tut, als ihn vor dem Bildschirm zu hängen? Warum mit der Maus übereinträge in der Simulogie? Aha. Will jemanden chatten? Genau, der kann den ganzen Tag chatten. Ich chatte auch nur den ganzen Tag. Im Internet zu anmelden. Hm. Ja, labert ruhig mit... Jamal, das Essen kommt auf den Tisch. Jod. Du räumst das... Aufräumen. Oder so. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Bedürfnisse habt, Hunger oder sowas, dann... Kannst du die Sche... Kannst du die Scheiße nicht hier abstellen irgendwie? Ausflippen. Stell das... Aber er haut's jetzt nicht weg, oder? Ne. Nein! Oh, bist denn du behen... Zähneputzen. Zähne... Benutzen. Bitte was? Falle aufstellen. Hast du denn ne Magge? Die haben nur ein Klo. Ah, ja, 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 Zensurbalken ist klar. Die chatten, die chatten. Hier draußen bräuchten wir mal ne Beleuchtung für den Guten. Das machen wir mal. Wir machen mal ne Außenbeleuchtung. Ähm... Haben wir ne Wandlampe. Hier. Damit er sieht, was er macht. Wer hat denn ihr Reisende... So, Jamal, jetzt räumst du bitte... Dann geh aufs Klo. Jamal, du musst noch mal kurz Essen machen für die Leute hier. Damit du die Berechnung hast für diesen in diesem Haus halt zu wohnen. Du machst noch mal Hot Dogs. Und wenn ihr jetzt irgendwelche dringlichen Sachen habt, dann geht einfach. Ja, dann lass es. Hör auf zu chatten und... Geh aufs Klo. Jamal macht noch Essen. Los, schnell, schnell, schnell. Bevor jetzt richtig was los geht jetzt hier. Bevor seine Brasse explodiert. Können wir eigentlich Türen anzeigen lassen und so ne Scheiße? Das wär immer geil. Aha. Ja, ich bin ja im Bereich, aber der Querschnitt. Schau mal, macht Essen. Wo könnt ihr... Die haben jetzt aber eigentlich nur vier Sitzplätze. Das heißt, die bräuchten noch einen. Das wär mal ganz gut, wenn die noch einen kriegen würden. Wie könnte man Objekte duplizieren? Entwürfe. Spette. Okay, der war nicht so teuer, der Stuhl. Von daher... Kann weitergehen. Oh, Topes Leader. Können jetzt eine neue Karriere... Ja, kannst du vielleicht... Oh, hacken. Ja, jetzt hacken. Hack eben. Schau mal, macht Essen noch. Ich speichere noch. Sehr treffig. Du könnt... Was? Du könntest dann keine Vorschläge machen. Wenn er dann gehackt hat, tut er nochmal hacken. Schau mal, beeil dich. Angst vor Überschwemmung. Ich nehme vergessen, hat den Wasserhahn. Was? Ist das alles safe, man? Becken überprüfen. Sprengfalle platzieren. Hast du eigentlich eine komplette Macke, Mann? Jetzt geht das mit dem Ess hier weiter. Das glaubst du, der kommt ins Haushalt, also... Weiß. Grundlagen des Be... Kochen begriffen. Ja, dann hat er das halt. Dann... Befehlen zu bewachen. Stell das scheiß Essen irgendwo hin. Outfit wechseln, so wird das schon... Handy, 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 Handy. Stell das scheiß Essen einfach irgendwo hin. Dann isst das bisschen mehr jetzt. Dann pennst du. Ach so, scheiße, ich brauch noch ein Bett. Ja, schläft draußen. Äh... Komfort. Blablabla. Betten. Haben wir jetzt irgendwie... Oh, das sind die Symbole klein. Was ist das? Ein Schlafsack. Schau mal, du kriegst einen Schlafsack. Du schläfst draußen. Was? Erst ne vollgerechnet Versuche, dass ich den Computer zerken... Aha. Dann kriegen wir jetzt ein bisschen Kohle. Ich hoffe, er kriegt immer mehr. Hund, lass das. Hast du ne Macke? Energie. Dann... Schläfst du dort? Die isst, okay. Nein, 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 du... Hörst jetzt auf zu hacken. Hör auf zu hacken. Dann isst du was. Äh... Glück... Wiequerel, sie sind auf .... Finde! Meghan mach es jetzt so aus. Hier ist ein bisschen eng. aloud... Ah... Ein bisschen eng. Äh... Schau mal... Du... Schläpfst. Lord... Mal sp tricked zu! Äh... Mickey... erfolgreich zu kurz her... Komm her! Hunger? Dann Harddock essen. Er hat auch Hunger. Dann is'n Snack oder irgendwas. Einen Saft. Achso, unten sind noch weitere Snacks. Okay. Nee, dann brauchst du keinen Snack mehr. Du kannst dann auch mal schlafen. Achso, die gehen automatisch. Okay. Geht erst mal hinterher. Alles klar. Ey, hör auf uns das Essen wegzunehmen. Bleibt der stehen? Ja, er bleibt stehen. Was? Ja, dann geht doch pennen, man. Kommen wir jetzt weiter vor. Jetzt pennen alle. Und ich denke, wir lassen sie ja jetzt erst mal pennen. Und da war's das bis jetzt erst mal. Es hat mich verdammt mega gefreut, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Dann packt die mal bitte unten rein. Da freue ich mich riesig drüber. Und dann können wir das Ganze auch ein bisschen besser ausbauen. Oder wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wo wir was verbessern können oder sparen können, dann kein Problem. Immer her damit. Also bis dahin und ciao. Bis zur nächsten Folge von Sims 3. Bis zum nächsten Mal.